Was ist denn los? Bist du aus dem Nest gefallen? Kram, willst du mit dem Polensteilchen spielen? Nun hüpfte ein Eichhörnchen daher und rief, die kleine Eule hat bestimmt Hunger, sie steckte ihr eine Nuss in den Schnabel. Aber die Heule-Eule spuckte sie wieder aus und heulte weiter. Eulen essen keine Nüsse, du Nuss. Er wuselte zu kleinen Eule und versprach, wenn du auch was zu heulen, schenke ich dir was Schönes. Hier, kleine Heule-Eule, eine hübsche Kette aus Wiesenblumen. Aber die kleine Heule-Eule schüttete den Kopf und heulte weiter. Jetzt ist aber Schluss mit der Heulerei. Früher hätte es sowas nicht gegeben. Ich kneifte gleich in den Po. Man soll doch keiner kleinen Eule in den Po zwicken. Ich habe doch nur Spaß gemacht, aber ich mache gerne Spaß. Liebe Eule, geh doch ins Netz der Spinne und schaukel ein bisschen. Das macht dir bestimmt Spaß. Hey, raus aus meinem Netz, sonst beiß ich dich. Hey, das macht man nicht, du Spinne. Mama, da bist du ja. Na, kleine Heule-Eule, warum heulst du denn so? Alle Tiere schwitzten die Ohren. Das wollten sie auch gerne wissen. Ich habe es vergessen. Oh. Ich habe es vergessen.